Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Stadt und der Stadt ist wirklich fantastisch, die Leute sind wirklich gut, aber wirklich eine Sache ist super. Nichts, ich bin 12 Jahre alt. Das ist mein Freund. Das ist auch mein Name auf der Seite. Das ist eine große Liebe. Das ist so, dass ich so eine Tatuage machen kann. Nur, wie Sie sehen, Sie sehen sich auf der Seite, wo sie sagt, dass es Marija ist. Das ist gut. Ich bin der Welt in Kijev ist fantastisch, er ist fantastisch. Mein größte Nogometar war Rove Prosinecki, der ist für mich der beste und der beste ist. Ich bin der Dress der Dressen, weil ich bin auf der Dressen. Ich bin auf der Dressen, weil ich bin auf der Dressen. Ich bin auf der Dressen, auf der Dressen, und ich bin auf der Dressen. We change the competition, we're going to be able to die. Man hat es mir persönlich nicht mehr als ich so weiter. Ich kann sie noch nicht noch nicht mehr so haben. Ich glaube, dass einige Leute haben eine große Werteilung, warum sie mir auf die Rufe Marii schreibt, weil sie nicht Marii schreibt, sondern Marii schreibt. Wir haben uns alles gut gemacht und vielen Dank für uns hier zu sein. Ich bin seit 7 Jahren im Nogomet zu trainieren. Mein Vater hat mich in der Nogomet-Skoll-Zadar-Komerc.